Heute soll es gehen um den Rollout von Sechenhoes und zwar mit dem Fokus auf diese speziellen Disktypen, Amphirmal Disk, habe ich heute übrigens zum ersten Mal auf Anhieb richtig geschrieben, was echt nicht leicht ist, finde ich, bei dem Namen, und eben auch Scale Sets. Und damit würde ich beginnen, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich arbeite bei der Sepago und Consulting House in Köln und bin Microsoft MVP für Azure und viel im Kontext eben Windows Virtual Desktop zurzeit unterwegs. Aber lasst uns mal darauf kommen, worum es heute gehen soll. Einführend, bevor wir jetzt gleich beginnen, ganz vieles live zu machen, was ich sehr gerne tue, anstatt Folien zu zeigen, ist vielleicht kurz, wie kann man denn heute oder was sind denn heute so typische Art und also typische Wege, Sechenhoes zu deployen. Und es gibt so drei generelle, neben natürlich weiteren Lösungen, die ich selber nutze. Das ist einmal natürlich vom Marketplace. Da kann ich mir ein Image raussuchen aus der Galerie, kann es ausrollen und kann es dann auch Windows Virtual Desktop joinen. Muss noch ein paar Dinge angeben, wie Domänen-Credentials, damit der Domain-Join funktioniert, etc. Ist natürlich erstmal dann so ein Vanilla-Image mit wenig drauf, muss also noch weiter arbeiten. Also vielleicht so eine mittlere Experience für den Admin. Sehr gut und was ich auch sehr gerne mache, ist Deployment in PowerShell. Da habe ich ja alle Möglichkeiten, das vollautomatisiert zu machen, mit allem drum und dran, aus der Galerie, aus einem Image heraus, vielleicht sogar noch selber Software installieren, etc. Höchste Flexibilität, die höchste Freude, aber muss natürlich da ein gewisses Know-how in PowerShell mitbringen und auch anwenden können und ist manchmal natürlich auch ein bisschen zeitintensiver für die ersten Schritte. Aber dann geht es ja vollautomatisch. Was ich gerne mache, gerade so am Anfang, wenn ich zum Beispiel in POCs reingehe oder zu Kunden gehe, ist das Deployment mit dem WVD-Admin. Das ist eine Lösung, die ich im letzten Jahr geschrieben habe. Die hat so ein paar Vorteile für das Deployment. Ich kann nämlich an der Stelle, und ich zeige es gleich mal beispielsweise, ich kann mir dort eine virtuelle Maschine, eine Template vor einem bereitstellen, joinne die der Domäne, mache meine Windows-Updates drauf, installiere meine Anwendungen manuell oder per Software-Verteilung und wenn die dann soweit ist, dann fahre ich sie runter und dann ziehe ich sie mit dem WVD-Admin ab, habe dann ein Image und kann das Image dann in beliebige Host-Pools und beliebig oft ausrollen. Und das geht dann recht schick, recht auch über eine grafische Gui geführt. Und das Tolle ist, ich kann eben dann diese VM wieder benutzen, um dann vielleicht in zwei Wochen, vier Wochen Windows-Updates nachzuziehen, eine neue Applikation draufzubringen, etc. Die geht mir also nicht verloren. Das ist ja so ein wenig der Nachteil, wenn ich jetzt so in Azure nativ mir eine VM bereitstelle, mir die durchkonfiguriere und sage dann in Azure selber generalisieren, dann passiert ja eins, die wird generalisiert. Ich habe auch nachher ein Image, aber ich kann diese Ursprungs-VM nicht benutzen. Die ist dann ja nicht mehr benutzbar. Die ist dann generalisiert und kann nicht mehr starten. Was ich mache mit V4D-Admin, aber auch mit PowerShell ist das ja möglich, ich mache mir von meiner Template-WM ein Snapshot und rolle mir dann eine neue VM, eine temporäre, aus auf Basis des Snapshots. Die ist dann identisch. Die heißt dann auch innen drin so wie meine Vorlagen-VM. Die fahre ich dann entsprechend hoch. Die ist ja auch dann Teil der Domäne. Und injiziere dann von außen über eine Custom-Script-Extension ein Skript, was dann ausgeführt wird und das macht dann dieses gesamte Generalisieren, Sys-Prep und Optimisierung und fährt dann letztendlich dann die temporäre V4M runter, nachdem das Image erzeugt oder erzeugt dann das Image, fährt die temporäre V4M runter und löscht dann die temporäre V4M, die ja dann nicht mehr gebraucht wird. So, es gibt ja einen Haken und da bin ich so oft drüber gestolpert in den letzten Monaten, immer mal wieder, nicht kontinuierlich, aber öfters. Öfters und das ist dann, das passiert dann, wenn ich Windows 10 benutze und habe auf dem Windows 10 in meiner Template-VM eine Modern-App installiert aus Marketplace oder aber ich habe sie unbewusst untergeschoben, in Anführungszeichen, bekommen über einen Druckertreiber etc., wo dann diese UWP, diese Modern-Apps-Komponenten drin sind. Dann gibt es einen blöden Effekt und den möchte ich gleich mal zeigen, dass einfach, wenn ich Sys-Prep ausführe, Sys-Prep mir einen Fehler wirft und einfach nicht Sys-Prep-t und das ganze System steht. Und vielleicht kommen wir mal dazu. Ich habe da was vorbereitet, nämlich eine V4M. Kann Sie sehen, das ist eine ganz normale Windows 10 virtuelle Maschine, die habe ich mir als Vorlagen-VM bereitgestellt. Machen wir mal eine administrative Kommandozeile auf. Die heißt auch schick vom Hostname her, also T für Template. Die habe ich benutzt oder die möchte ich gerne benutzen, um eine Vorlage zu erstellen. Und was ja dabei passiert, ist ja, dass im Hintergrund oder nachher ein Sys-Prep ausgeführt werden wird. Das werde ich gleich mal manuell machen. Und dann sehen wir auch, wo die Problematik liegt. Sys-Prep, ich mache es auch mal hier GUI-basiert. Natürlich mache ich das normalerweise, machen wir das ja per Kommandozeile. Out of the Box. Generalisieren und dann bitte herunterfahren. Drücke OK. Und dann bekomme ich oft diese Fehlermeldung. Hier sehe ich es noch. Vor Wochen, wo ich das Problem noch nicht gefixt hatte, auch im DVD-Admin ist es so gewesen, dann ist das halt im Hintergrund aufgepoppt und das System hat immer darauf gewartet, bis denn mal die Maschine runterfährt nach dem Sys-Prep, was halt nie passierte. Man kann dann, und das habe ich dann getan, wenn man dem auf den Grund geht, es steht ja dabei eine Log-Datei, die man einsehen kann. So haben wir sie. Sys-Prep, Tanta und diese hier mit Notepad++. Und wenn ich die dann öffne, dann kann ich auch mal runterscrollen. Dann sollten wir auch einen Fehler finden und auch eben eine Beschreibung für den Fehler. Und das ist unabhängig jetzt von der Methode, wie ich nachher ein Image abziehen möchte. Ein Sys-Prep muss ich ja immer tun, wenn ich das von einer Vorlage mache. Und dann sehe ich hier den Grund des Fehlers Package. Dann kommt eine Nummer. WhatsApp, das ist eine Modern Apps. Was installed for a user, but not provisioned for all users. Und die blockiert mir das gerade. Was ich dann gemacht habe, ich habe mir dann PowerShell aufgemacht, natürlich auch administrativ, um arbeiten zu können. Und habe dann angefangen, diese Applikationen erstmal zu entfernen, weil diese Modern Apps sind ja hier eh per User installiert. Das heißt, das spielt nachher eh keine Rolle mehr. Da kommen ja eh andere Benutzer drauf. Die werden die App ja sowieso nicht haben. Also kann ich sie auch entfernen. Und das kann ich dann machen mit Remove AppX Package. Ja, macht er auch. Package. Und dann nehme ich mir den Namen davon. Füge es ein und sage noch, bitte von allen Benutzern entfernen, damit die einfach weg ist. Dann ist das gut. Die ist jetzt nicht mehr Bestandteil, nicht mehr mit drin. Dann mache ich das noch mal neu. Generalisieren. Shutdown. Und mit ein bisschen Glück war es das dann gewesen. Und es läuft los. In dem Fall aber nicht. Also habe ich dann, was macht man dann? Wieder in die Logdatei rein. Die wurde fortgeschrieben. Scrollt entsprechend runter und guckt, was ist denn jetzt das Problem? Aha. Noch eine Word am App. Es gibt noch einen PDF-Reader. Und so zieht sich das durch über verschiedensten Applikationsketten, bis ich denn dann alle entfernt habe, bevor ich dann mein Sysprep machen kann. Das habe ich dann versucht, auch herauszufinden, wo ist das denn? Wo steht das denn in der Registrierung? Oder wo kann ich eine Information finden, die ich entfernen kann, damit Sysprep läuft? Ich habe es nicht gefunden. Ich vermute, dass es wirklich eine Art Datenbank innerhalb von Windows gibt, die ich nicht so einsehen kann. Habe aber dann einen anderen Weg gefunden. Und zwar habe ich herausgefunden, dass Sysprep selber sogenannte Action-Files benutzt. Und da steht drin in XML, was Sysprep denn tun soll. Hierfür das Generalisieren. Mal kurz geöffnet. Dann sieht man, hier sind sehr viele Sachen drin. Und das führt Sysprep aus oder prüft ab, bevor es denn dann wirklich Sysprep. Und wenn ich dann mal hier nach AppX suche, dann findet man auch hier was. Aha, Microsoft Windows, Sysprep, AppX, Sysprep, etc. Und was ich dann durch ein bisschen Trailer herausgefunden habe, ist, dass wenn ich hier den richtigen String rausnehme, entferne, der dafür sorgt, dass vorher getestet wird, ob ein Benutzer denn eine Modern-App hat, also einen Benutzer, den es nachher eh nicht mehr geben wird auf dem System, wenn ich das rausnehme, dann ist das erfolgreich. Und ich klaue mir mal kurz den String aus meinem Blog dazu. Das ist hier dieser String. Und den könnt ihr auch suchen. Den werdet ihr auch finden. Innerhalb der Konfiguration. So, und da habe ich ihn. Und wenn ich den jetzt rausnehme, und ich hoffe, ich habe das geschickt und richtig. Ne, habe ich nämlich nicht. Ich brauche uns ja den gesamten Sysprep-Order. Für das Assembly-Identity. Sysprep-Order. Ich habe jetzt, glaube ich, nur nach dem einen String gesucht. Okay, ein bisschen wenig. Versuchen wir es mal so. Ich hoffe, ich habe jetzt Glück, dass ich es genau richtig erwische. Das ist ein bisschen frimmelig. Ich muss jetzt gucken, wo fängt es jetzt an. Hier beginnt es. Dann kommt es hier rein für das AppX und endet mit... Drückt mir die Daumen. Ist das richtig? Sysprep-Order. Ne, soll es enden mit Assembly-Identity. Ich glaube, beim nächsten Mal muss ich das noch mehr vorbereiten. Assembly-Identity. Aber das Gute ist, ich zeige euch gleich, wie man es dann auch machen kann, dass es etwas einfacher ist. Ich nehme jetzt einfach mal aus. Das kann man dann tun. Und dann, wenn ich es dann speichere, und hoffentlich war es der richtige String gewesen, dann wird man noch feststellen, dass natürlich diese Datei überhaupt nicht beschreibbar ist. Und das ist eigentlich das größte Hindernis nachher gewesen in der Automatisierung. Hier erstmal reinzugehen und hier die Rechte sich zu besorgen. Security ist nämlich der Trusted Installer. Ich kann aber hier das Recht übernehmen. Minus Admin etc. Und mich dann selber hinzufügen, dass es dann auch darf. Und dann sollte ich denn dann hoffentlich die Datei auch beschreiben dürfen. Das hat jetzt funktioniert. Ich probiere es mal aus. Ich glaube, ich habe nicht alles erwischt von Sysprep, aber ich kann mir eine schon modifizierte gleich rüber kopieren. Dann sollte es auf jeden Fall funktionieren. Sysprep Generalisieren Shutdown Lasst mich die einfach mal klauen, wo ich das nämlich dann schon vorbereitet habe. Dann ist das ein wenig einfacher. C Windows System 32 Sysprep Sysprep Action Files Action Files Hier sieht man hier, das ist die alte, das ist die neue und die schnappe ich mir jetzt mal und versuche, die nochmal ganz geschickt anderen Host zu bringen. Und zwar auf den Desktop und von Desktop auf das eigentliche Ziel. So, jetzt habe ich hier meine modifizierte Generalize XML und dann hoffe ich auch, dass er jetzt mitmacht. Generalisieren Shutdown und dann läuft es. Und das hat mir echt viel Zeit gekostet, aber damit habe ich es zumindest gelöst bekommen, unabhängig von den installierten UWP Apps, dass ich mein Sysprep durchführen kann. Ich habe es dann so gemacht, weil ich das ja mit BVD Admin oft mache. Ich zeige es mal ganz kurz. Hier ist mein BVD Admin. Das ist meine Infrastruktur. Ich habe hier virtuelle Maschinen. Hier sind auch ein paar Template-Virtuelle Maschinen. Das ist zum Beispiel genau diese. Und hier wäre jetzt der normale Schritt, den ich machen würde, Create Template Image. Sag mal, wo das Image hin soll, in welcher Ressortsgruppe und dann drücke ich auf Capture und dann würde es loslaufen. Und was dann nachher angezogen wird im Image-Prozess, ist dann eben das Skript, ein Skript im Hintergrund. Das gibt es auch und das könnt ihr euch gerne auch nehmen und die Sachen rausnehmen, die ihr braucht, wenn ihr das machen wollt, also Sysprep beibringen wollt, dass es nicht mehr sich anstellen soll, wenn ein Benutzer ein AppX-Paket hat. Dann kann man hier hingehen. Das ist mal der Block dazu. Da gibt es ein Skript, Image-Processing und dann kann ich euch das mal zeigen. Das ist hier, wenn es euch interessiert, bedient euch da gerne. Dieses macht genau das, was ich gerade händig versucht habe, ein bisschen geschickter, indem es wirklich die Datei einliest und diesen Node in der XML-Datei rausnimmt und dann wieder zurückschreibt. Da sind ganz wenige Schritte hier drin. Der allergrößte Teil ist, wie komme ich dran, dass ich mir hier Rechte beschaffe, um das tun zu dürfen. Das war dann doch mehr Arbeit als nachher die eigentliche Modifikation. Also fühlt euch da frei. So, dann lasst mich mal zurückkommen. Also das ist die Antwort auf Sysprep, wenn euch das mal gestört habt. Jetzt wisst ihr, wie ihr damit umgehen könnt und wie ihr Sysprep in die Grenzen weisen könnt. Gut, genau. Ich möchte ja gleich zeigen, wie ich Sessionhost ausrolle. Ich glaube, Standard ausrollen ist klar. Dann nehme ich eben eines der fertigen Images als Beispiel und erzeuge einen Sessionhost. Ich möchte ja nochmal zeigen, was es hier für besondere Typen bezogen auf die Disk gibt. Und ihr kennt sie bestimmt. Hier unten, es gibt ja die Standard-HDD-Disk. Es gibt die Standard-SSD, die Premium-SSD. Da sind große Preisunterschiede. Das ist hier für so Pi mal Daumen 128 Gigabyte pro Monat. Und da seht ihr von knapp 6 Dollar bis hin zu 10 Dollar über 22 oder 22 Dollar ist da alles mit dabei. Und ich werde oft gefragt, was nimmt man denn? Und was ich nicht nehme, sind Standard-HDDs. Die sind einfach zu langsam. Gerade hier in Multi-User-Environments. Das macht dann keinen Spaß. Aber die Entscheidung zwischen Standard-SSD und Premium-SSD, die treffe ich in der Regel so. Ich beginne immer mit Standard-SSD, weil die schon schick schnell sind. Und wir werden es auch gleich sehen. So riesengroß ist der Unterschied vielleicht dann nicht. Und ihr könnt sie auch im Nachhinein ändern, wenn ihr dann feststellt, oh, die Applikationen brauchen doch mehr IOPS. Ich muss jetzt schneller werden, dann können sie ja immer noch upgraden. Es gibt aber einen Typ und der ist besonders. Und das ist hier dieser Affirmal-Disk. Und der hat eine besondere Eigenschaft oder zwei besondere Eigenschaften. Zum einen, er kostet gar nichts. Der ist kostenfrei. Das heißt, wenn ich davon 100 vor allem habe, kostet nämlich Storage-Technik gar nichts. Und im Vergleiche 100 Premium-SSD, das wäre 20, 200, 2000. Also wäre schon viel Geld. Zu gar kein Geld. Das ist einer der Vorteile der Affirmal-Disk. Der andere Vorteil ist, die sind super schnell. Die sind deswegen so schnell, weil diese Disk beim Erzeugen der VM eben nicht auf einen Storage liegt, der netzwerktechnisch angebunden wird, sondern diese Disk wird auf dem Hypervisor, auf einer lokalen Platte des Hypervisors erzeugt und existiert nur da. Und deswegen kostet sie auch nicht, weil wir kein Storage haben im Azure-Rechenzentrum. Ein Nachteil ist natürlich auch, da die ja nur auf dem Hypervisor existiert, ist die VM von dem Hypervisor abhängig. Das heißt, ich kann die mal nicht deallokieren und woanders wieder allokieren. Das geht eben dann nicht, weil es ja nichts zum Wegspeichern gibt. Die wäre dann kaputt oder weg. Und ich kann sie auch nicht wirklich, dadurch, dass sie nicht deallokieren, kann ich runterfahren. Das heißt, die läuft immer und kostet damit auch immer. Außer ich arbeite jetzt mit Reserved Instances. Habe ich das gerade richtig gesagt? Reserved Instances. Dann kann ich das natürlich nochmal anders handhaben. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, der zu beachten ist. Stürzt der unterliegende Hypervisor ab oder wird gepatcht und erfordert einen internen Reboot, dann ist die Maschine ebenfalls weg. Aber kostenfrei und schnell. So, wie erzeuge ich denn normalerweise eine VM und dann auch mit dem Fokus auf Affirmable Disk. Ich kann ja mal hier meinen sauberen Desktop zeigen. Ich nehme mir dann WVD-Admin. Was ich hier habe, ist ein Blick auf meine Azure-Ressourcen und auf meine Windows-Virtual-Desktop-Umgebung. Ich habe hier schon einige Host-Pools mit drin. Ich habe auch einmal einen vorbereitet, hier für Meetup, Affirmable Disk. Hier möchte ich mir jetzt eine VM mit Affirmable Disk erzeugen. Dann würde das wie folgt aussehen. Ich scrolle hoch, gehe auf den Azure-Node, klicke hier auf meine Image-Galerie, wähle mir die Ressourcen-Gruppe aus. Und da sieht man hier, ich habe schon viele Images erstellt. Auch heute zwei Stück mit neuen Updates entsprechend drin. Dann nehme ich mir die rechte Maustaste, create a Session Host vom Image. Und dann bin ich eigentlich schon da, wo ich hin will. Und das kann ich jetzt machen wie folgt. Ich möchte jetzt sagen, das ist WVD-Meetup. Ich habe Affirmable Disk. Möchte die hinten hochzählen lassen. Möchte davon zwei Stück haben. Das Image ist entsprechend ausgewählt. Dann wähle ich noch aus, wo soll der denn hin, in welchen Host-Pool. Nehmen wir den Meetup Affirmable. Die zwei ist hier für das ARM-Update vom WVD. Das Subnetz ist schon vorgewählt. Subnetz ist WVD. Die fertigen virtuellen Maschinen sollen hier rein in diese Ressource-Gruppe. Und dann wähle ich aus eben Affirmable Disk. Als Disk-Typ. Hier habe ich natürlich auch die anderen, Standard und Premium. Und wähle noch die Größe aus. In dem Fall nehme ich meine DS3V2. Ist so eine meiner, für meine Demo-Umgebung. Also eine gute Maschine, die gut funktioniert. Und dann beginne ich mit dem Rollout. Und dann sehen wir unten im Log. Jetzt fängt er an, eine Maschine mit dem Namen E1 und eine Maschine mit dem Namen E2 auszurollen. E0 gibt es hier schon. Und dann läuft das dann dementsprechend. Das Schöne ist, die sind auch noch schnell beim Rollout. Weil da nicht viel hin und her kopiert werden muss. Bezogen auf die Images. Weil die ja direkt auf den Hypervisor erzeugt wird. Und wenn wir jetzt mal rüberspringen ins Azure-Portal. Dann sollten wir hier auch gleich sehen. BVD. Das hier, habe ich, habe ich sie denn? Genau, hier ist die vorhandene, die E0. Die war schon da. Die E2 ist gerade beim Erstellen. Oder wird gerade erstellt. Und irgendwo wird auch gleich die E1 entsprechend erscheinen. Und dann dauert das ein paar Minuten und dann sind die nutzbar. Und zwar voll eingebunden in BVD, Domain-Joint etc. Wenn ich jetzt hier auf diese Meetup E0 gehe, das ist die, die habe ich schon vorbereitet. Dann können wir sehen. Die hat hier in dieser Disk-Beschreibung, sehen wir hier, Affirmal-OS-Disk, OS-Cache. Das ist normalerweise, wenn ich das ganz normal ausrolle, steht hier NA. In dem Fall ist es aber eben Affirmal. Das ist für mich der Hinweis, die läuft hier auf dem Hypervisor. Und dann könnt ihr auch sehen, hier oben, das Stopp-Symbol ist ausgegraut, weil ihr die eben nicht stoppen könnt. Oh, wie ich jetzt auch sehe, sogar mit dem Hinweis. Also eine Affirmal-Disk kann man nicht stoppen, die läuft immer. Und auch, das ist auch derselbe Effekt, wenn ich das im WVD-Admin probieren würde, dann würde ich auch da den Hinweis bekommen, Fehler, nein, das geht eben so nicht. So, schauen wir mal, wie weit ist denn. Das dauert noch ein bisschen. Lasst uns da mal nicht drauf warten. Das können wir nachher noch zurückspringen. Die sollte dann später hier erscheinen. Was ich schon mal gemacht habe, ich habe schon mal Affirmal-Disk ausgerollt. Ich habe eine mit Standard-SSD ausgerollt. Und ich habe sogar eine mit Premium ausgerollt. Und was ich da gemacht habe, um vielleicht eine Idee von der Geschwindigkeit zu bekommen, jetzt sehen wir gleich alle Maschinen. Ich habe hier Crystal-Disk-Mark genommen, um die Performance zu messen. Und wenn ich jetzt mal auf die einzelnen gehe, oder lasst mich mal versuchen, ob ich sie nebeneinander einblenden kann. Ich habe also hier eine 32-Gigabit-Test oder Gigabyte-Test genutzt. So richtig sieht man den Effekt erst mit großen Dateien, damit Windows nicht zu viel kecht und ihr vorgaukelt, schneller zu sein, als das Disk-System ist. Deswegen ist das gut, hier hochzugehen, für diesen Vergleich zu zeigen. Mit kleinen Werten sieht man kaum einen Unterschied zwischen den verschiedenen Disk-Typen. Also wir haben hier unsere SSD, unsere Standard-SSD. Wir haben dann die Affirmable. Die mache ich mal hier hin. Und dann sieht man schon den Unterschied. Der ist gar nicht in vielen Stellen zu sehen. Allerdings doch hier beim Random-Write der 4K-Größe sieht man schon einen deutlicheren Unterschied. Von 22 Megabit pro Sekunde hier auf 68. Und das ist das, was ich oft sehe. Gerade hier unten in den Writes, in diesen Random-Writes, da sieht man den Unterschied in der Performance. Hier in den Standard-Werten, wenn jetzt sequenziell geschrieben und gelesen wird, dann ist der Unterschied gar nicht so groß. Jetzt könnte man sich ja fragen, wie ist der denn zu Premium-Disk, die ja immerhin doch einiges kostet, das Doppelte von der Standard-Disk. Und das sieht heute so aus. Ist manchmal tatsächlich ein wenig unterschiedlich. Heute habe ich einen guten Tag. Und wenn man das mal vergleicht mit der Premium-Disk. Also die Premium-Disk und die Affirmable-Disk, die sind schon relativ nah dran. In dem Fall hat sogar die Affirmable-Disk, ist sogar noch einen Ticken schneller hier oben im sequenziellen Schreiben. Aber der Unterschied in Summe ist gar nicht so groß. Und auch jetzt zu der Standard-SSD, da sind natürlich Unterschiede hier in diesem Bereich. Aber ich würde sagen, für die meisten Zwecke sollte man direkt mit einer Standard-SSD starten. Dann ist entscheidend, gehe ich auf Premium für die doppelten Kosten, um herauszuführen, ob das gerechtfertigt ist. Ich habe es dann hier nochmal aufgeführt. In der PowerPoint, da sieht man nochmal genau diese Bildschirmfotos, die ich gerade aus den Live-VMS gezeigt habe. Also es war für mich überraschend, dass es gar nicht mal so riesig der Unterschied ist zwischen der Premium- und der Standard-SSD. Die normale habe ich mir jetzt gespart. Also die ist aus meiner Sicht nicht brauchbar, nicht nutzbar in Multiuser-Umgebungen. So, hier ist er dran. Immer noch am Rollout. Sollte auch gleich fertig sein. Aber wir haben noch einen weiteren Punkt, den ich ja gerne zeigen möchte. Und das ist der Punkt mit den Scale-Sets. Das ist das schickeste Bildschirm, was ich gerade finden konnte, um Scale-Sets zu zeigen. Ich würde es aber mal richtig zeigen, wie sie im Azure-Portal aussehen. Vielleicht kurz vorweg, Virtual Machine Scale-Sets, die gibt es schon ewig. Also die gibt es schon lange. Auch deutlich länger als Windows Virtual Desktop. Und wir können sie, ah, jetzt habe ich mir den Teaser fast vorweggenommen. Ich hoffe, ich habe es nicht gesehen. Und wir können sie ja ganz einfach ausrollen. Ich zeige es mal, wie es aussieht, wenn ich das mache hier im Azure-Portal selber. Created Resource, Virtual Machine Scale-Sets. Virtual Machine Scale-Sets. Ich habe es doch gerade gesehen. Nochmal. Kennt ihr das eigentlich auch, wenn ihr Teams, eine Teams-Session habt, dass das Internet gefühlt deutlich langsamer wird? Scale-Set. Da ist sie da. Und lasst uns noch mal eine erzeugen, um so einen kleinen Eindruck zu bekommen. Auch hier, Azure-typisch gebe ich an, wo soll sie hin? Lass mich bei einer Ressourcengruppe auswählen. Ich gebe der Name, einen Namen, Test A, in Westeuropa, keine Availability-Zone. Ich sage bitte ein Image, Windows 10. Das nehme ich dann aus der Galerie, also das Enterprise-Multi-Session 2004 gerne. Windows 10 Enterprise-Multi-Session 2004 Gen 1. Die nehme ich. Sage noch, was für ein Typ das sein soll. Auch hier DS2, für unseren Tester habe ich das hier DS2V3, also einen Maschinentyp. Standard, was ich immer mache. ein Passwort mit angeben. Sage auch noch hier, ich habe eine Windows 10 Lizenz, das bedeutet, er rollt mir die quasi im Client-Leistens-Modus aus, dann bezahle ich für die Windows Lizenz nichts. Das ist für Windows Virtual Desktop auch so vorgesehen. Und das macht allein die VM verglichen zum Standardpreis für eine VM 40, 45 Prozent günstiger. Ich wähle meine Disk aus und bleibe hier bei Standard-SSD. Lasse das alles so. Ich möchte keinen Load-Balancer, möchte aber, dass der ein Netzwerk benutzt, was ich schon habe. West Europe VNet. West Europe VNet. auch Network Interface, klar, braucht er natürlich auch. So, weiter. Scaling. Und dann wird es ja interessant. Dann kommen wir zu dem Punkt Skalieren. Und hier kann ich sagen, ich hätte gern zu Anfang zwei Instanzen, das sind dann echte virtuelle Maschinen, auf die ich mich auch einloggen kann. Und kann auch sagen, wie soll die sich verhalten. Da kann ich Regeln für hinternehmen. Minimum VMs, Maximum VMs. Ich kann sagen, ab wann das passieren soll. Zum Beispiel in dem Fall, wenn die CPU-Last über alle eingeschalteten Maschinen größer 75% für 10 Minuten ist, dann bitte drei neue hinzufügen. Das wäre jetzt eine Regel. Und umgekehrt geht es natürlich auch, wenn dann diese vorhandenen Session-Hosts, also die Instanzen, über einen gewissen Zeitraum kleiner als 25% CPU-Last sind, dann mach doch mal eine weniger. Und so geht das dann entsprechend hoch und runter, etc. Und wenn ich das so mache, dann würde er mir das ausrollen und ich hätte dann nach einer Zeit ein Scale-Set. Ich selber mache das etwas anders, weil ich will ja nicht ein Vanilla-Image haben. Ich will ja auch, dass das Ding nachher, oder die Dinger nachher, der Domäne gejoint sind und möchte auch, dass der Remote Desktop-Agent drauf ist, etc. Daher gehe ich dann nochmal zurück, mache das dann hier über den WVD-Admin und die hat eben auch die Möglichkeit, mal ganz kurz gucken, ob die Session-Hosts da sind. Ja, da sind sie. Also ein paar neue dazu. Ein paar neue, genau. Wie mache ich das denn? Ich gehe wieder hoch, wähle mein Image aus, was ich benutzen möchte. Ich nehme hier dasselbe, was ich auch gerade benutzt habe für die Enfermal-Disk-Session-Host, sage entsprechend Create a Session-Host, gebe jetzt mal hier einen anderen Namen, hier nehme ich mal dieses Test A, in der Hoffnung, dass es nicht vergeben ist. Das ist mein Image-Typ. Ich hätte die gerne alle rein in einen Session-Host, in einen Host-Pool. Lass uns einfach mal diesen hier einfach nehmen, Meetup-System. Da hätte ich die gerne auch mit hinzu. Normalerweise würde ich jetzt einen Host-Pool entsprechend erzeugen, wähle noch aus, wo die hin soll, in welche Ressourcen, Gruppe. Hier kann ich auch sagen, ich kann dir sagen Standard-SSD, ich kann dir aber auch Affirmal machen. Dann aber Affirmal im Hintergrund, dann können wir die nicht mehr runterfahren. Ich bleibe daher mal bei Standard-SSD, sage als Scale-Set ausrollen und wähle mir dann auch den Typen aus. Nicht alle VM-Typen sind als Scale-Set verfügbar. DS3V2. Und jetzt kommt eine Besonderheit. Die Besonderheit ist, bei diesen Scale-Sets, so wie ich sie hier ausrolle, ich kann die, ich würde die hier ausrollen als Super-Scale-Set, das heißt, die dürfen bis zu 600 Instanzen haben. Das wird bei mir nicht lange funktionieren, denke ich, die laufen zu lassen, aufgrund der Kosten, die dann einfach zu hoch werden. Aber das ist eigentlich ein Riesenvorteil, wenn ich so eine große Umgebung habe und 600 VMs brauche, 600 Instanzen eines Scale-Sets, die sich wie VMs verhalten, dann kann ich das exakt so machen. Ich mache jetzt mal drei. Ich habe es schon mal gemacht mit 600, zwei Scale-Sets und das dauert tatsächlich nachher dann, ja, 45 Minuten und dann hat man 1200 Instanzen, 1200 Sechen-Hosts ausgerollt. So, wir gehen mal hier für drei, sage dann Start und dann fängt ihr auch hier an. Hier unten kriege ich immer mein Log, Building Scale-Sets und jetzt würde er anfangen. Lass mich nochmal zum Azure-Portal wechseln. Home, genau, das möchte man nicht mehr sehen. Scale-Set, da ist es. Und dann soll ich jetzt gleich sehen, dass hier noch eins erzeugt wird. Building Scale-Set, ja, es dauert wie immer einen Moment, auch bis es dann sichtbar wird. Ah, hier kommt es und hier sieht man schon, das hat gerade Null Instanzen, drei ist das Ziel, also was ich vorgegeben hatte im BVD-Admin, also drei Instanzen ausrollen und dann wird es jetzt im Moment dauern, bis die dann ausgerollt sind. Es sind nachher auch dann, hier im Instanz-View sieht man nachher, es sind nachher auch diese, wirklich diese drei Instanzen, die wir dann sehen. Der Computername ist nachher ähnlich oder den BVD-Admin, würde man den angezeigt bekommen und dann haben wir nachher ein Scale-Set. Was ich dann machen kann, hier habe ich ja schon zwei stehen, BVDA, BVD-B, ich kann auch jederzeit reingehen und sagen, ich hätte jetzt gerne neue Instanzen. Scaling wäre das in dem Fall. Also null Instanzen habe ich und wenn ich jetzt noch eine haben will, dann sage ich hier zum Beispiel manuell, bitte eine Instanz ausrollen. Und was jetzt passiert ist, das Scale-Set kennt das Image und hat das Image gecached. Es benutzt sich das Image, was ich hatte, bei der Erzeugung des Scale-Sets, um es auszurollen. Und das wird nachher, oder darauf basiert nachher die neue ausgerollte Instanz, auf Grundlage des Images. Was wir jetzt wissen und wissen müssen, ist natürlich, dass wir ja bei der Übergabe oder bei dem Erzeugen des Scale-Sets ja noch mehr Informationen angegeben haben. Nämlich unter anderem ein Account für das Domain-Joint, also das ist auch hier mitgecached, als auch eben den Registrierungscode für den Ziel-Session-Ziel-Host-Pool. Genau. Und da wissen wir ja, der läuft ja irgendwann ab. Und das kann natürlich passieren, gerade wenn wir jetzt längere Zeit mit Scale-Sets arbeiten. Und um das dann zu berücksichtigen, ich gehe jetzt mal hier auf die Scale-Sets, hier sehe ich sie ja eben auch. WVDA, WVDB. Gehen wir mal für den B, wenn ich jetzt hier sage, neue Instanzen hinzufügen, Add Instance, dann würde er es machen. Aber da dieses einfach älter ist, würde das jetzt nicht funktionieren. Hier müsste ich noch meinen WVD-Token updaten. Und das kann ich hier machen, indem ich das hier abklicke, Update WVD-Token. Jetzt aktualisiert im Hintergrund das Token für den Ziel-Host-Pool. Und jetzt kann ich wieder ganz normal arbeiten, indem ich sage, Add Instances 1 bis 600 geht hier alles. Und dann fängt er entsprechend an, die auszurollen. Und dann haben wir nachher ein Scale-Set mit beliebigen Instanzen, die dann Session-Host sind. Ich gucke jetzt mal, wie weit sind wir hier mit unserem Test A. Das ist noch Building Scale-Set, das dauert immer eine Zeit. Das Schöne ist, es macht keinen Unterschied, ob man 20 deployt oder 200. Das kommt dann zwar ziemlich auf selbe raus von der Zeit, die es einfach braucht, bis es dann oben ist. Mal schauen, ob ich es hier schon aktualisieren kann und schon vielleicht etwas mehr sehe. Refresh. Da holen sich die Daten nochmal. Dann sieht man hier unser Scale-Set. Hier sind schon die Instanzen drunter und so. Das sind jetzt hier die Computernamen. Hier zeige ich die Computernamen an. Das sind auch die, die wir nachher sehen würden, wenn er denn dann durch ist. Das dauert ja, wie gesagt, noch einen Moment, weil er sich ja noch der Domäne joinen muss, jede Instanz als auch dem Host-Pool. Das wären dann die, die wir hier, ich glaube, hier hat man gesagt, nachher sehen werden als Instanzen. Und die können wir behandeln wie ganz normale VMs auch. Die können wir hier starten und stoppen an der Stelle oder hier oben an dieser Stelle. Deallocate, Start, Restart, Re-Image ist auch ganz nett. Damit kann ich sie wieder auf den Ursprung zurücksetzen, also auf das Ursprungs-Image, was ich benutzt habe, zum Ausrollen, etc. Also das kann ich alles machen, das funktioniert wunderbar. Aber eine Sache fehlt ja noch, wenn man an Scale-Set oder Scale denkt im Namen Scale-Set. Wenn ich das ja hier ausrolle, dann habe ich ja eben nicht so etwas angegeben, wie ich eben gezeigt habe, mit Regelsätzen für raus skalieren und rein skalieren. Das kann ich hier tun. oder ich könnte es hier tun. Es gibt aber hier eine Besonderheit, die wir beachten müssen, wenn wir an Windows Virtual Desktop denken. Ich kann hier wunderbar jetzt eine Regel mit erzeugen, die mir sagt, zum Beispiel, wo haben wir es denn, wenn der Durchschnitt der CPU, so wie wir es gerade auch hatten, einen gewissen Wert überstreikt, 70% über 5 Minuten, dann fahr doch bitte einige Instanzen neu hoch. Drei. Dann kann ich jetzt die Regel hinzufügen. Es gibt aber ein Problem. Also das würde noch funktionieren. Was nachher ein Problem ist, ist das sogenannte Scale-In. Das heißt, runter skalieren. Das möchte ich ja auch haben oder ist ja gerade besonders wichtig, dass wir abends oder auch tagsüber, wenn nicht so viel los ist und besonders am Wochenende die Maschinen wieder runter skalieren. Das kann ich hier auch mit einer Regel hinterlegen. Allerdings gibt es da ein Problem. Wo finden wir es denn? Scale, Auto-Scale. Also ich könnte jetzt auch hier eine Regel machen. Kann auch hier wieder definieren, wann die greift. Also für eine Metric, Add a Rule. mit den vergleichbaren Werten und dann sage ich Decrease, wenn das hier, so wie wir es eben hatten, kleiner als 25 Prozent ist, dann fahr doch eine Maschine zurück. Das würde auch passieren. Warum es aber dann doch nicht geeignet ist und wir können gerne auf Save klicken, ist der Umstand, dass die Scale-Sets, die wurden gebaut für Loads wie Webserver, um Webserver auf VMs zu betreiben. Da kann ich das wunderbar machen. Also die Last ist hoch und die CPU-Last ist hoch oder eine andere Metric ist hoch und dann rolle ich neue VMs aus, die dann wieder Webserver bereitstellen und über den Lotbalancer werden die mitgenutzt. Auch für das Scale-In geht das. Wenn nachher die Last geringer ist, dann werden ein paar Webserver herunterfallen, der Lotbalancer nimmt die raus aus dem Lotbalancing und alles ist gut. Das geht wunderbar bei Webservern, weil das stateless ist. Da kriege ich ja meine, also der Benutzer ruft die Information ab und kriegt sie zurück. Beim Session-Host, wenn ich sage, wenn jetzt alle Session-Hosts kleiner als 25 Prozent Auslastung hätte, dann fahr doch mal einen runter, dann würde er das tun und würde es, würde ignorieren an der Stelle, dass der Benutzer vielleicht gerade auf denen drauf sind, die er runterfährt. Und kann man sich überlegen, natürlich fährt er einen runter, wo Benutzer drauf sind, die sind ja oft auch gleich verteilt. Und das ist der Grund, warum Scale-Sets wunderbar sind, um große Mengen von Session-Hosts auszurollen, auch um einen Re-Image-Prozess zu haben, also quasi eine VM wieder zurückzusetzen auf ihren Auslieferungszustand, Anführungszeichen, aber nicht geeignet sind, Stand heute für Windows Virtual Desktop ein Scaling zu ermöglichen, wie das die anderen Lösungen machen. Also das runterfahren, ausschalten oder sogar löschen oder neu erzeugen in der anderen Richtung und mit hinzufügen als Session-Host gerade den Fahnen verloren. Also das würde einfach nicht funktionieren, weil das einfach sich nicht darum kümmert, ob da Benutzer drauf sind oder nicht drauf sind. Es geht hier nach CPU in dem Beispiel und ist die CPU-Last gering, wird die Maschine gekillt und das wäre natürlich dann nicht so gut, weil eben dann Benutzer drauf wären. Daher kann ich in Summe sagen, das sieht man so ein bisschen vorweg, man kann sie einfach nicht zum Skalieren für WVDs nutzen. Aber wie gesagt, es gibt ein Szenario und das ist auch ein realistisches Szenario, wenn auch nicht besonders oft zu finden, das ist das, wenn ich hier wirklich arbeiten muss mit wirklich vielen Hosts, dann kann ich hier 600 VMs ausrollen in kurzer Zeit und das kann ich nicht machen, wenn ich jetzt hier nicht das als Scale-Set mache, sondern native VMs 600 Mal hintereinander ausrolle, dann macht mir die Azure API dicht. Das erlaubt die nicht. Das kriege ich vielleicht noch mit 60 hin, vielleicht 50, 60, 70 und dann muss ich schon gucken, wann fange ich denn dann nochmal an? Also wann mache ich dann den nächsten Bunch auf 50, 60 VMs? Also dafür sind sie sehr gut geeignet, aber nicht für das, was im Namen steht und das ist oft eine Frage, die mich erreicht, gerade weil der WVD-Admin das unterstützt, hier mit Scale-Set zu arbeiten, wie man das denn einrichten kann und da muss ich dann leider sagen, kann man super nutzen, aber nicht zum Skalieren. Und das ist so, das womit ich dann abschließen würde, nachdem ich noch einmal Refrecht habe und sehe, ob denn die hier auch als Session-Host hier sind, da sind sie noch, das sind die Scale-Sets, die verhalten sich ganz normal und wenn ich mich da anmelde, dann komme ich auch da drauf, aber ihr werdet ja keinen Unterschied sehen zu den normalen VMs, aber sie laufen auf einem Scale-Set und auch die kann man natürlich skalieren oder man könnte die Methoden, die es ja gibt und auch die Skripte, die ja in der Community verfügbar sind, die könnte man erweitern, um das genauso auch mit diesen Dingern zu machen, mit den Scale-Set-Instanzen, weil auch die kann ich ganz normal ausschalten. Außer sie sind im Thermal, dann natürlich nicht. Und das war es schon und was ich euch dazu sagen kann, ich hoffe, die Enttäuschung ist da nicht zu groß wegen dem Scale-Set im Namen, wegen dem Scale im Namen Scale-Set, aber sie haben einen Sinn und auch die im Thermal-Disc, die sind schon, also wirklich gut, ich nutze die gerne, weil sie einfach sehr performant sind, keine Storage-Kosten haben, muss aber damit umgehen können oder daran denken, dass ich sie entweder entferne, also manuell oder automatisiert lösche und mir morgens wieder automatisiert erstelle, damit sie dann verfügbar sind. Und ja, dann vielen Dank und wieder zurück an dich, Patrick. Vielen Dank. Vielen Dank.